Hallo, heute geht es darum, einen Text zu analysieren und zwar einen literarischen Text, einen erfundenen Text, also zum Beispiel eine Geschichte oder einen Roman oder eine Kurzgeschichte oder eine Erzählung. Und es geht heute darum, einen Teil von den Erzähltechniken zu analysieren, die ein Autor verwendet hat. Der schreibt nicht einfach nur los, sondern der überlegt sich Erzähltechniken. Und eine Erzähltechnik davon ist die Erzählperspektive. Und es gibt insgesamt vier Erzählperspektiven. Und was das überhaupt jetzt erstmal ist, das erkläre ich euch heute in diesem Video. Stellt euch vor, da sitzt ein Autor oder eine Autorin, in unserem Fall eine Autorin, und Autoren schreiben ja Texte. Und diese Autorin schreibt jetzt eine Geschichte oder eine Erzählung oder einen Roman oder eine Kurzgeschichte. Und sie fängt an zu schreiben, wenn sie eine Idee hatte. Also sie hat eine wunderbare Idee und fängt an, diese Idee aufzuschreiben. Und ihre Idee beinhaltet natürlich, welche Personen an dieser Geschichte teilnehmen, die ja erfunden sind, und was passieren soll in dieser Geschichte, also die Handlung. Und nehmen wir mal an, es handelt sich jetzt um zwei Personen in dieser Geschichte, und zwar um die Mutter mit ihrem Sohn. Also die Personen sind definiert, die Mutter und der Sohn. Und wir machen das Ganze am Beispiel einer Geschichte von Patricia Highsmith. Diese Geschichte heißt die Schildkröte. Und da nehmen wir einen ganz kleinen Textausschnitt später, um den analysieren zu können, bezüglich der Erzählperspektiven. Gut, die Personen sind klar, Mutter und Sohn. Der Sohn heißt Viktor. Und die Handlung, was die beiden miteinander machen, hat sich die Autorin auch überlegt. Und in dem Beispiel, das wir besprechen, sitzt die Mutter an einem Tisch, an einem Zeichentisch und zeichnet einen kleinen Esel mit einem kleinen Jungen. Und die Mutter kommuniziert mit ihrem Sohn und fragt ihren Sohn, wie er das findet, das Bild, das die Mutter gezeichnet hat. Das ist die Situation. Also diese beiden Personen handeln miteinander, die machen was miteinander. Und das ist so die grundlegende Idee jetzt einfach von der Autorin und die schreibt daraus eine Geschichte. Jetzt ist die Autorin aber nicht die Person in der Geschichte. Also die Autorin schreibt, aber sie schreibt über andere Leute. Und die Autorin braucht dafür einen Erzähler. Würde die Autorin über sich schreiben, über sich selber, über ihr eigenes Leben, wäre das eine Autobiografie. Und das wäre in dem Sinne auch keine Erzählperspektive, weil die Autorin ja über sich schreibt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Autorin schreibt ihren Text. Und in diesem Text kommt die Autorin aber nicht vor. Das heißt, sie braucht einen Erzähler. Den seht ihr hier, den Erzähler. Weil in diesen Geschichten oder Romanen ist es meistens so, dass die Autorin nicht der Erzähler ist. Der Erzähler ist etwas Erfundenes, was in diesem Text vorkommt, ist aber nicht die Autorin. Das müsst ihr trennen. Also Erzähler und Autorin sind nicht dieselben Personen, weil die Geschichte ja erfunden ist. Der Erzähler, den gibt es nur in dem Text. Und jetzt ist die Frage bei der erfundenen Handlung. Ist der Erzähler Teil dieser Handlung? Also ist er in der Handlung mit drin? Ist er beteiligt? Oder guckt er sich das Ganze, was da passiert in der Geschichte, von außen an? Das ist die erste Frage bei den Erzählperspektiven, um die unterscheiden zu können. Die zweite Frage, um Erzählperspektiven unterscheiden zu können, ist, aus welcher Sicht wird die Geschichte geschrieben? Aus der Perspektive von dem Jungen? Also alles, was die Handlung betrifft, durch die Wahrnehmung des Jungen, also auch die Dialoge, die Handlungen und auch die Gefühle des Jungen, die wiedergegeben werden und die Gedanken des Jungen. Das ist die Perspektive des Jungen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wie wenn der Erzähler den Jungen beobachtet und nur den Jungen und nur die Gefühle und Gedanken dieses Jungen kennt. Er kann zwar wiedergeben, was die Mutter sagt, aber was die letztendlich denkt, kann er nicht wiedergeben. Oder weiß er nicht. Oder erzählt der Erzähler aus der Sicht der Mutter, was die Mutter denkt und fühlt und über den Jungen erzählt er nur, was man sehen kann oder hören kann. Das wäre auch eine Form der Perspektive. Oder weiß der Erzähler Bescheid über die Gedanken und Gefühle von beiden, also von der Mutter und dem Jungen. Oder ist der Erzähler allwissend? Das heißt, er kennt sämtliche Gefühle und er kann in die Zukunft schauen. Er weiß, was in der Vergangenheit passiert ist und kennt auch die Perspektive des Jungen und kennt auch die Perspektive der Mutter. Das sind so ganz grundlegende Fragen erstmal, um zu erklären, was ist eigentlich eine Erzählperspektive. Und diese Fragen muss derjenige, diejenige, der Autor, die Autorin für sich klären, um diese Geschichte schreiben zu können. Aus welcher Perspektive schreibe ich? Aus der Perspektive des Jungen? Aus der Perspektive der Mutter? Schreibe ich die ganze Geschichte ganz neutral? Oder schreibe ich die Geschichte mit einem Erzähler, der praktisch alles weiß? Und daraus ergeben sich vier verschiedene Erzählperspektiven. Und im Folgenden werden wir hier klären, welche Erzählperspektiven gibt es, wie kann man die erkennen und welche Wirkung haben die auch auf die Geschichte. Und als Grundlage nehme ich dafür einfach einen ganz kleinen Ausschnitt aus Patricia Highsmiths Geschichte, die Schildkröte. Es geht um vier Erzählperspektiven. Und diese vier Erzählperspektiven erkläre ich euch in den nächsten Videos, Stück für Stück und Schritt für Schritt. Also bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!